Jeden Donnerstag ProSieben und am Freitag in Sat.1. Ich bin Jamika, ich bin 14 Jahre alt, ich bin anders, ich zieh mich anders an, ich seh anders aus. Du kannst jedes Lied singen, als wärst du vom Himmel gesendet. Du hast angefangen zu singen und wir waren alle so, alter Schwede, das ist ein besonderer Moment und das ist ein besonderer Moment. Vielen, vielen Dank für diesen Moment. Ich gehe zu Johannes. Komm her! Die Stimme von denen ist gar nicht mit meiner zu vergleichen. Deswegen haben wir auch noch so einen coolen Bandnamen, die heißen Tree Colors. Das steht für drei verschiedene Stimmfarben. Jamika singt natürlich wie vom anderen Stern, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Also sie hat einfach was von Gott gegebenes in der Stimme, das gibt es einfach selten. Wenn die anfängt zu singen, dann hören alle zu. Ich glaube, das ist ihr noch nicht so 100% bewusst. Man spürt deinen Spirit, auf jeden Fall. Dankeschön. Jamika, du kannst so viel, ey. Und wenn du so bist wie heute, mit so guter Laune und so einer geilen Stimme, dann bist du einfach die Weltklasse-Palette. Ich entscheide mich heute. Ich nehme mitten in die Sing-Obs Jamika. Glückwunsch! 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 Jamika, ich bin stolz auf dich. Wir haben viel geprobt und geackert und du bist trotzdem echt oft über deinen Schatten gesprungen und hast heute grandios gesungen. Das erste Talent, was ich mitnehme ins Finale ist heute Jamika. Hier musst du hin. Los Schneider Even if I try Even if I wanted to My love, my love, my love, my love